so jetzt aber jawoll alter hab ich ne ich gewinne top 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 ende so kannst du mich jetzt herausfordern oder was wenn du verfügbar bist auf jeden fall jetzt bestimmt bei dir spielt da war gerade verfügbar und jetzt spielt warte jetzt hab ich jetzt jetzt habe ich mir nämlich gerade mal im internet eine hilfe rausgesucht und das will ich jetzt einfach ausprobieren dass es klappt das ist ebenso ein typ der hat einfach mit so einem painter die reinge zeichnen wie man das angeblich spielen soll ich bin mal gespannt ob das funktioniert einfach mal so testweise probieren so gut halten ist am anfang noch glaube ich recht klar ich habe ja noch keine specialaussistungen ok der ging schon mal näher ja wobei er war ganz gut geschossen eigentlich war ganz lustig aber ja die sind ganz easy auf der höhe die hält man immer ja ich weiß nicht wie man wie man den hält der mal genau drauf zielt ich weiß gar nicht dass das gerade schon ein schuss war ja genau und pisser ja ich weiß nicht wie man die hält keine ahnung aber ob man den schniepel nach unten ziehen muss oder was alter er springt durch den ball oder was nein der ist vorher noch mal aufgesetzt ja danach ist er durchgesprungen ja der war natürlich ganz super ja bei mir hat es eben nicht funktioniert mit stehen bleiben dann ist er trotzdem reingeflutscht jetzt bin ich mal gespannt jetzt steht hier ok bin ich mal gespannt hm ah funktioniert das war aber klatschemente und wie hast du die jetzt gemacht ah ja ich dass ich dir das erzählen soll nicht genügend gute haben ich hab 10 und hier steht 10 was ist das für ne mongoscheiße warte jetzt geh mal in kein spiel rein ich freude dich jetzt noch mal raus ja wir sind wieder noch in einem spiel du musst also mal sagen ja ich bin raus so diese münzenzählung passt vorne und hinten nicht ich hatte gerade im spiel noch 10 jetzt steht hier wieder 9 ja weil du hätt wenn du das quasi wenn du verlierst und auf dem wong schwitzt dann macht der doppelt oder nichts siehst du das heißt erstes mal kostet jetzt 8 und beim zweiten mal kostet dann 18 oder 19 ach so genau so ziehen was passiert dann ja nicht mit mir freundlich ich kenn ja die ausser kenn der papa aber ich war gespannt was jetzt hier bei rauskommt nix nein er hat ihn er hat ihn na gut ja genau muss mich ja nicht mal bewegen ja aber eben hat das bei mir nicht funktioniert mit stehen bleiben nicht ich ooooh der war knapp jo neiiiine aaaah hat sie mir schon gedacht ich bin mal gespannt, was jetzt hierbei rauskommt Na zu spät! Oh! Spät, ne? Ich bin ein bisschen zu spät gesprungen Ey, dieser Schuss war echt mal verarscht! Aber wirklich, was ist das denn, die Vereine? Ich bin mal gespannt Die sind pervers, die sind ziemlich pervers Alter, wie machst du die? Einfach so flach rechts irgendwie, so ein bisschen nicht ganz so feste Und ein bisschen rumkrisseln mit der Maus Kann ich nicht Ah, scheiße! Er springt auch noch, klar! Nein, wieder nicht, ey! Wie kriegst du die hin? Keine Ahnung, ich hab gerade nur so ein bisschen umgedüttelt Nix wirklich Bestimmtes gemacht Ah, kannst knicken Du wirst da wohl halten Ja Äh, ich spiele es aus? Ja, ja, ich hab gewonnen Jetzt machen wir mal Revo im Spruch Siehst du, 10 Münzen kostet das jetzt Okay Geht das denn noch? Ich hab folgende Sachen freigeschaltet Schumo, bringen wir die jetzt was oder was? Ja, dann kannst du ja auch nicht Musst du ja dann aus dem Spruch Ja nochmal, wie geht das jetzt nochmal? Hier steht jetzt nochmal Ja, dann drück doch drauf Nee, geht nicht, ist kein Knopf Da oben noch Warte jetzt Ich muss jetzt warten bis mein Kollege jetzt hier Bist du da bestätigt? Ja, geht nicht, hier steht nur nochmal? Bis zum nächsten Mal Keine Ahnung Jetzt füge ich dich nochmal hinzu Du bist in einem Spiel Bin ich nicht, bin rausgegangen Ah, jetzt ist er einfach Kruppbar Keine Ahnung Ja, was weiß ich Ich versuch jetzt diesen einen Schuss einfach mal immer wieder Vielleicht irgendwann klappt er ja Ich muss was ausprobieren jetzt Du damit schießen? oder ich? Ja, ich bin dran Oh, der geht in den Kappaden, oder? Nee Ja, den hat er auch Na, den ist der scheiße Der ist auch gar nicht so wie er beschrieben wurde Ah, der war auch nicht so gut Probieren wir jetzt mal Mal doch mal einen Penis Mit der Maus Und guck, wo der Ball hingeht Okay Na, fuck, und drunter her gesprungen Der war ja zu früh Oder? Naja, drunter her ist er gesprungen Alter, es gibt's nicht Diesmal ist ein Kappaden in der Ecke, ey Wie ziehst du den denn? Ja, verschrich Der war einfach schräg hoch Hm Was? Der war einfach schräg hochgezogen Ja, die sind ja immer ganz flach, die Bälle Oder nicht? Ja, was weiß ich Nein Nooo Mein lieber Mann, ey Gucken wir mal, Matidi jetzt bei Den hat er Papa Bin mal gespannt jetzt Yay Ja, gehalten Jetzt bin ich mal gespannt, Matidi bei Das hast du bei jedem Schuss Jeweilung Jetzt bin ich mal gespannt Du hast gerade Ich will nicht wissen, wie oft du jetzt schon Jetzt bin ich mal gespannt gesagt hast Ja, jetzt bin ich mal gespannt Ey, mach doch mal Schreib's doch mal in die Kommentare Wie oft er das gesagt hat Genau Bang, Junge Jetzt hier gewonnen, ne Wie oft hat er das gesagt? Na, leider noch nicht so Oh, ich guck dir eine schöne Werbung bei mir Ja, bei mir auch Für alle, die das sehen Installiert euch auf keinen Fall der Texas Booker Ich bin auch schon drauf Piss, dass er schon wieder 100 Spiele einzeln installiert hat Bloß 6, ohne dass ich das wollte Wir sagen, eins kommen wir noch, ne? Ja, wegen mir Warte, warte, warte Oh, hier sind sogar ein paar Weibliche noch Ja Frag mich immer noch, wie du so Bälle machst, die so ganz Flach da hingehen Wie du so ganz eben anticken Na, Alter, wieder zu früh gesprungen Du meinst, wie? Manchmal sind die... Ja, aber manchmal springt man zu früh manchmal zu spät So ist das halt Boah, der war lucky, ey Ei, 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 ei Da wäre der Olli Kahn fast noch dran gewesen Oh, mein Doppelüppel, ey Dachte er, das geht da noch rein? Dann geht er nicht rein Den hat er Papa Ja, natürlich Dann hat der Papa Dann hat der Papa Dann hat der Papa gehalten Mama Ja Na Nicht mit mir Jetzt bin ich mal gestand Jetzt bin ich mal ganz neu Jetzt bin ich mal ganz neu Jetzt probieren wir noch ganz neu Jetzt probieren wir noch ganz neu Jetzt probieren wir jetzt Es kommt die super Feuer-Taktik hier Pfff. Was ist das? Wenn ihr das gesehen hättest, wie ich auf dem Ding hier rumgegraschen hab, die haben einfach irgendeine Figur gezeichnet. Oh, an meine Latte. Aua. Tada. Oh oh, der geht daneben. Nein. Oh Junge, was machst du denn? Müsst ihr die Verarsche von mir?